so ich bin schon wieder und mein herz das tucke ganz schön doll verstaunlicherweise ich spüre sowas wie aufregung und dann schreibe ich jetzt mein x rein in die konzi und join in dem server und die anderen beiden sollten wir dann nach alles klar ach so ah das war der counter so meine aufhörer läuft passt alles super und ich warte jetzt auf die anderen beiden die scheinbar auf den ts auf mich warten oder slash mv können wir uns mal angucken noch so zu guter letzt mv strikes mv teams zeigt mv teams boom da seht ihr ich kämpfe jetzt gegen das team mit herr toby und season lebt in seinem eigenen team ok 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 wenn ich jetzt richtig sehe sind wir unter den letzten spieler und stehen dabei so egal ich bei fällt mir auf aber ja so kann man sich auch seite zwei von zwei an zeigen lassen so ich schließe mal hier das halbdings so bin auf eurer wiese und bin der schäfer also ich warte jetzt hier auf die dass die ankommen ach so ich könnte meine zeit jetzt auch noch sinnvoll nutzen und was anderes machen so wie die bestimmt die fragen sich gerade essen ich habe genug essen ich habe alter bin ich dumm f3 und h für haltbarkeit oder so ging es 69 schüsse halte ich habe ich mit dem bogen schießen so dann wollen wir mal 69 fight machen ich kleines genie weil mir ist gerade gut 69 fall werden jetzt noch nicht ganz ich brauche mir gar nicht so viele dinge machen ich kann mir nur zwölf machen mir fehlt nämlich gravi mir fehlt nämlich ein bisschen gravi sie sehe ich gerade und wo ist gravi genau und da ist gravi deshalb machen wir uns jetzt noch gemütlich da auch noch mal eine schaufel machen wir gravi und ich darf dann auch noch weiter aufnehmen weil wir kämpfen und ja so das heißt wir machen uns eine schaufel so können uns eigentlich auch eine eisenschaufel machen bleibt sind die rich ist fack das sind wir sowieso aber nein ich stehe hier warte auf die und ja wenn ihr ankommen dann kommen sie an wenn sie gar nicht ankommen heute in der folge dann darf ich erst mal nicht aufnehmen weil ich noch nicht kämpfen ist mein problem also weil ich ich möchte im kampf sein damit ich länger aufnehmen kann soweit ich die regeln verstehe aber ich warte also ich warte schreibe ich jetzt mal nicht so das heißt wir machen uns aber machen mal noch ein ofen heute meine stimme kratzt komplett ab wir machen uns mal ein ofen und machen uns das fackel da machen wir da ein holz das war eine fackel und dann machen wir uns zum tauern dann haben wir feine ich bin sowieso eigentlich ein buchspieler aber ja wenn es ein bvp projekt ist als ob ich denn bau nutze kappa so ich habe jetzt vier fackeln die bräuchte war alle eigentlich gar nicht aber kann ich die darauf blenden ja kann ich so super falls ich jetzt gleich daran sterben land bin ich dumm ich bin dumm aber dafür kann ich nichts weder lesen okay ich brauche mich hier mal weiter hoch und ja ich hätte vielleicht das wasser unten hätten sollen ich sehe ihn dann nirgends auch wenn die da sind frauzeichen wo sie sehen mich schon da unten sitze ich kann mir runter es war mir fast schon klar dass der mir was mitgeben will er hat nämlich ein stärker ich bin dumm ich hab halt grad null gravel aus der fuhre bekommen ist ziemlich geil ist helfe sind jetzt wäre zumindest praktisch wenn ich wüsste wo die werden auf die steam bestimmt hier unter den bäumen irgendwo so richtig die krasse tactics so ich bin und meine friends komm mal wohin denn jude wohin ich sehe euch nicht wenn ich euch nicht sehe kann ich auch nicht irgendwo hin kommen da kenne mich wahrscheinlich mit dem bo genau jetzt glaube ich dem bo auch noch sehr intelligent sehr intelligent damit ich bin nach der fuhre so das war schon von meiner folge ich bin gestorben war zu erwarten das war es von meiner folge ich bin tot ausgeschieden aus dem projekt nein ist jetzt aber zu erwarten gewesen kann ich nicht für und damit und danke fürs zusehen bei dem projekt